3 4 5 7 8 8 9 9 9 10 10 11 ich wette erich steht mindestens einmal weil er von der karte runter der stimmungswasser fällt dasselbe aber auch für schuld nein schöner blick erich voll gegen die wand es ist rein theoretisch möglich an den überdies war mit lucius das ist doch mal klar nein dass man lieber auf ihn so ein haus gehen oder so ja gut funktioniert die schlacht geht weiter kann sich mal jemand um die ferra kümmern? zum beispiel irgendwie so was wie bastion ist gut danke wir haben ja ne mercy nice ich schubs dich da runter ich traube dich gesund oh lucio wäre mein lieblingschar wenn man auch noch freunde schubsen könnte ist ja so geil ich komme lieber zu euch um den Hut da ist der punkt 1 direkt kann mir jetzt jemand sagen warum ich mit lucio gold in eliminierung habe ich habe auch gold mit reinhard ja jetzt habe ich silber das war wohl die beste schon nummer 3 ich beginne erneut alter diese fahrer ne christian mach doch mal was gegen bitte sie ist fast tot wo kommt der denn her ich habe jetzt gerade 3 UTIs gefressen von eric wurde runter geschubst ja der macht den ganze Zeit einen ballrider so sehr krank oh ja ich beginne erneut ja und du willst schon gespawnt komm du willst du? du willst du deinen Schein der teachings im Moment so j 03 sp др oh wow the sp Das ist doch ein Erschlag. Der ist aber drin. Wow. Hä? ich sehe nichts in so kleinen raum fünf gegner und ich und mercy in diesem einen scheiß die ganze zeit die gegenseitig ist der weißen stadt Das ist es, ne? Ich bin hinter dir. Ich hab's gesehen, Reaper! Den lösen Hanson mit Schnellfeuer. Oh, den hab ich nicht gesehen. Schade. Hey, wie wär's, wenn du so ein bisschen unterstützt und nicht dauernd stirbst? Ja, ich werd immer von hinten abgefarmt. Haaa. Aber du wirst ja nie von hinten abfarmen sollen. Nichts. Ich werde nicht banken. Du wartest mir besser nicht, denn ich wäre gekommen. Oh, ne? Another one! Nevermind, den G-D9. Bestes kommt ganz zufrieden! Ohhhh! Ich brauch' meine Banken jetzt. Ich brauch' ne Hilfe. Ich steh mit dem Schild hinter dir. Oh leu. Oh leu. Dann bin ich nicht aufgepasst, ne? No, but no. Bei mir! Bist du, bleibst du bei der Lohre? Jo. Ein Traumflief ist. So. Fahrer haben wir eben gerankt. Der Kenji von hinten. Und Reeper von hinten. Und der Hanzo von hinten. Dann entscheidest du der Spawner. Ja, ja, der Spawner. So. So, du kannst dich mal heilen. Grad nicht hinter dir. Wir sind ja nicht so nach vorne. Meinst du? Nur so ein bisschen. Niemal. Hallo, Hanso. Hallo, Hanso. Hallo, Hanso. Ey, also mein Freund. Oh, komm da raus. Hallo. Hallo. Das hier ist Gengi. Ja. Oben. Oh. Oh, mein Freund. Ja, der hat mich geschickt, aber dann hab ich das Schiff noch gekillt. die fressen Hey! Hey! Naatig! Haltet die Fracht auf! Die Schlacht geht weiter. Wow. Gibt was, müssen wir die Fracht verteidigen. Okay, macht das gut was. Jetzt in eigener Arbeit, okay. Jau. Oh, was macht ihr denn da? Erneut stütze ich mich in die Schlacht. Mach deinen scheiß Siegern, du Otto! Jo, der hat sich wenig, ne? Jetzt wird's massiv. Noch 30 Sekunden. Da kommt Doris. Wer auf dem Aufruf auf dem Aufruf auf dem Doris? Dann werde ich gegen's dem Herr. Warum nehme ich denn der Schild? Ja. Du fällst eh nicht im Schild drin, wenn man auf dem Eis hat. Ja, ja. Du fällst, du musst an die Doris. Sonst sind die jetzt gleich da. Du musst die contesten, bis sie nicht schieben können. Ja, ja. Oh, fuck. Ja, ja. Ja, ja. Highlight des Spiels. Ja. Nice try Schultz, du warst nur ein bisschen zu weit weg. Nee. Hättest du die Ulti reflektiert, wäre das der Hammer gewesen. Kills als Aufklärer, wie geht das denn? Hm, gute Frage. Als Bastion. Du bist der Aufklärungs-Bastion. Oh, ne Lootbox. Nice. Nice. Ah, der ist verloren. Ja, ich habe vieler Lapp. Vito. Oh, no Sprays. Christian, du hast doch nicht auf Blizzard World gespielt. Was habe ich gespielt? Blizzard World. Also, wir können auch andere Maps spielen. Also, ich mache die Arcade. Äh, nicht Arcade, aber... Ich muss dir mal die ganzen... Quickplay. ... und die ganze Anspielung zeigen. Hm. So geil. Das heißt, wir spielen gleich Blizzard World und Felix läuft, macht erstmal halt einen... einen Tour Guide oder was? Hm. Syrer Linken, sehen sie. Ich habe auch einen Humor aus dem Scheiß. Ja. Du musst du aber in Old Chat gehen. Also, dass auch das Gegnerteam dich hört, dann müssen die mitkommen. Das wäre richtig lustig. Hm. Ja, aber da kenne ich mich zu wenig im Blizzard Universum für aus. Ich habe halt kein WoW gespielt. Passt ja echt nicht? Ne. Aber die ganzen StarCraft Anspielung verstehe ich. Ja, ich verstehe die ganzen WoW-Anspielungen, aber ich kann nicht die StarCraft Anspielungen. Gut, dann können wir uns hier gegenseitig helfen. Gut, Felix. Wir machen jetzt den WoW-Tour. Jetzt müssen wir mal los, hier. Obwohl, ich habe auch nur bis Burning Crusade gespielt. Aber alles, was danach kam, äh... hab ich auch keine Ahnung davon. Ein gutes Ausliegen. Da wäre 27, weiter. Ich möchte das Spiel. Wählen Sie Ihren Helden. Äh. Äh. Angriff. Ich habe meinen Bock. I heard something like Diva. Einfach viel Tank spielst du. Naja, ich kann keinen Tank, deswegen spiele ich jetzt Tank, um es vielleicht ein bisschen zu üben. Ich würde Tracer unbedingt spielen lernen. Ich meine, ich könnte auch wieder eine Widow picken, wenn du möchtest, Felix. Dann doch bitte den Hanso. Nein, Schulz. Nein. Ich bin wieder da. So, komm zu mir. 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 Hier hin. Okay. Seid ihr ready? What the fuck. Ich bin weder der Gute noch der Böde. Aber mit Sicherheit. Ich bin weder der Gute noch der Böde. Aber mit Sicherheit. Heilige. Entscheibe mit Toto. Da ist nur einmal meiner. Nein. Das ist ja ein Niesen. Noll. 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 Ein Clip. Ich bin gleich so was von Stimmen. Felix geht raus, Bomben. Heils geht raus. Das wär so geil. Ich schreib bitte das Gegnerteam. Nun, wir sind voll, dann auch mal ein Goatul. Ach du Scheiße. sie sind über level 1000 oder als haben die kein leben da komm ich bin jetzt noch 193 das ist noch nicht so schlimm ich hab mal eben den spot scheiß ich hab mit ihm am arsch noch lebe ich so ist es besser aber die balancen haben die hier heute so geht es schon das hat nur ein random erwischt und ist ja nicht schlimm ist das scheiß ernst hast du gerade das healthpack gekämpft ich habe über 88 prozent ich könnte gleich mal er ist auch so deiner und kann man da gleich mal reinballern auch nach sich ich habe auch nur holt wir können gleich mal push probieren oder erst mal einen nanoboos und die hat durchgebrochen wieder folger die besiegt sich nicht raus ich ruhe mich aus wenn wir müssen gegen diese kombin sonst kommen wir da nicht durch ich habe gleich meinen mac wieder kannst du mich heilen wenn du mich anscheinend und deine ulti macht den typen den du damit triffst verbündeten super stark leistung verstärkt ja das war jetzt leichte verschwendung vielleicht ein wenig in die hülle des löwen gesprungen ich kann das schlieb nicht wenn er an mich wirklich beschießt mit seiner ulti das ist sehr interessant wie auch wenn ihr amt Oh, nein! Schön deine Militär. So, es ist 76. Und läuft nicht davon. Wie ist es hier? Das ist wieder die Missbrauch. Die Niederlage. Damn! Ja komm, die waren was für ein Level? I like this shit. Zwei Level 1000 da. Zwei über Level 500. Okay. Okay. Äh, das! Sorry. Such mal am besten eine neue. Das hat keinen Sinn. Meinst du? Könntest du die nicht nochmal herausfordern? Ich kriege schon die Overwatch League mal. Ich hab das grad nebenbei mal auf dem Handy angemacht. Hast du schon mal einen Hunderter gekriegt? Nee. Mensch, komisch. Hm? Was denn? Shanghai Dragons gegen London Spitfire. Wer gewinnt das wohl? Und Shanghai Dragons nicht die, die Kacke sind? Mhm. Die noch nicht ein Spiel gewonnen haben? Ja, und du hast, obwohl die Overwatch nicht schon in die Lange geht? 4, 5 Wochen. Ist das wohl nicht? Bin ich sogar länger schon? Doch, länger schon. Bin ich schon seit Ende Februar. Wo ist die Hei... Deutel ist für die Spitfires, ne? Ja, bei der Spitfires. Auch nur wegen dem Namen, ne? Äh... Oder ist das ein Team, das keine Chinesen oder Koreaner haben? Doch. Wir haben nicht einen Briten im Team. Ich finde die Auslauf ganz cool. Die Stunde hat geschah. Du auch, oder was? Ich finde ja Cloud9 ganz cool. Wenn ich das denn mal... Ich lecke. Cloud9 gibt's nicht in der Overwatch League. Die hat dann auch keiner wahrgenommen. Ach so. Ach, das sind die, gegen die sogar die Shanghai Dragons gewonnen haben, ne? Trink. 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 Ich esse mal Nudelsalat und suche. Ja. Ich habe eben keine Schwieger sein wie wir haben. Schwieger sein wie wir haben. Schwieger sein wie du Arsch. Scharfes kann ich heute noch nicht. Mein Vater wollte hier und hat mir geholfen, wenn man Moppe zu gucken, weil die mir abgesoffen ist. Was ist das jetzt? Dann hat er mir Nudelsalat mitgebracht. Nudelsalat? Ja. Aber gut. Hier. Hast du einen Salat für seine Nudeln, oder? Mh. Verdammt. Armasan ist ja da. Da war das. Fühlt man das? Fühlt man das? Wir könnten auch ein bisschen Darwin Project spielen. Nein. Ja, ne. Karte ganz Humanity. Erik, beschwähle dich mal, warum wir so lange suchen. Oder wir pushen Schultz. Mach gut auch. Und bleiben dann im Rank. Jawoll. Willst du das wirklich? Weil unser Random Scheiße ist. Oh, Schultz. So rund 66. Beziehen sie. Ich geh mal kurz sicher, dass einer von uns Schaden macht. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allen. Weil wir haben ne Level 18 Widow und ne Level 9 McCree. Und den kriegen dann schon wieder drei Silberleute. Und mich. Ich bevorzube eine wenige... Ich dachte, du bist leider, Erik. Aber ich sorge immer für... Niemals. Ey, doch nicht mit Mora, bist du bescheuert. Kommt mir nicht in die Quere. Versteht auch nicht, warum die nicht mit offensiven Helden gelistet ist, ne? Ja, mach halt keinen Sinn. Och Leute. Ich hätte besser nicht hierher zurückkommen sollen. Ist richtig. Kommt mir nicht in die Quere. So wird das gemacht. mal holen. Oh, ich habe mich gerade nachgemacht. Was kommt los, nirg? Wuhh! Halten sie die Frag auf! Ha ha! Ja, Rik. Wie brauche ich dich heilen? Weil ich kann mich selber heilen. eigentlich wollte ich dich auch nicht geilen sondern er soll eigentlich wollte ich töten in der luft ich habe ihn auch gebraucht was ist das ding genau 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 die stand hat nicht geboxt die stand hat nicht geboxt holz holz ok alles auf anfang nein ob sie den ernsten checkpoint jetzt schon gekriegt haben und verhältnismäßig ich muss am oberwatch mal gestalten das musst du oberwatch mal gestalten warum weil es dann abgeschmied ist das ist ja auch cool ein wenig ja meine zeit ist noch nicht gekommen das ist ja ein bisschen ein bisschen von ich habe es nicht gesehen wie ist es wie ist es Alter Totgeschein dran Vor mir kann sich niemand verstecken Beinen Supporter rauswordet Ach schütte du Also das gut bei mir Oh ich war da Ich will die reißende Kraft Zurück in den Sacken. Heilung platziert. Meine Zeit ist noch nicht genau. Mir stirbt keiner weg. Mir, jetzt warst du durch? Noll. Nein. Jetzt muss ich immerhin damit verlieren. Oh, da ist das Kind. Highlight des Spiels. Von wem? Von Moira. Will ich da neue? Nein, welches Spiel ist das Kumpel? Der ist schon älter. Ja? Torbjörn. 34% des Team Schadens macht, ne? Kriegst du dann auch noch für? Ich habe allerdings Gold in Eliminierung und Zielfortschritt gilt. Mit 3 jeweils. Das ist traurig. Ich habe Silber. Warum hat die Valkyren Mercy eigentlich in ihrem Zopf einen Eisenring? Auch nicht. Und das ist die Grund, dass sie auch. Die nutzen ihr Schwert, wenn du nackern kannst. Ich habe es nicht gemacht. Echt? Ja. Ich bin wieder verspült, wenn ich Mercy muss. Also auch nicht immer. Das ist, wenn du Glück hast. Das ist von einer Special Animation. Also. Irgendwie einmal von zehnmal oder so nutze ich das Schwert. Also ich habe sie ja beide, ne? Also sowohl Valkyra als auch Siegrunden. Können wir schneller gehen. Welchen meintest du jetzt? Welchen war das Generik? Siehst du gleich. Den habe ich auch, oder was? Am Blass, oder was? Den habe ich auch. Ich hätte auch. Ich nicht. Warum hast du dir nicht Whisky geholt? Davon habe ich erstmal genug. Den Skin. Gestern war schon, war schon gut. Eichenwalde. Kappelstung. Kappelstung. Ich weiß. so werden wir was trinken gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein die zapfhähne hier funktionieren noch ziemlich mächtig und durche ich finde es auch super dass diese jatte einfach tritt als nahkampagne das ist so bescheuert ich weiß nicht was willst du davon von dem spray hatte ist das ein sandstreuer 3, 2, 1, 1, beginnt. Geben Sie Zielpunkt A ein. Vermüge die direkt ein. Riech nach Hause. Volk am Jodo, Volk am Jodo, Volk am Jodo. Warum halte ich die auf dem Tank zuerst? Kühlt halt die CDs zuerst. Von denen haben sie doch nur vier. Wow. So, ich hab 80 Ladungen. Die Prognostizierung. Man lernt nie aus. Ach, du ein Bitch. Ich mal wieder. Punkt einnehmen und so. Ja, fuck. Ja, ich hab Rultenschaden gegen Helden, Leute. Oh. Voll zwischen die Beine. Aua. Dann lernt nie aus. Oh, da kommt ein Blupes. Vier. Ähm, fick den. Hör mal, haben wir eigentlich heiler? Direkt um. Oh, küsst du. Ne, wieso sie sind? Ja, genau. den habe ich nicht gehört also zu spät gehört zurück in den sattel aber ja der ist schon drei tanks Ich muss aber auch auf meine Ute warten Ach verdammt, jetzt musst du warten, dass ich meinen Mech wieder kriege Vorsicht Gegenverkehr Vorsicht Gegenverkehr Vorsicht Gegenverkehr Soll, wo fährt er denn hin? Ganz ziemlich Ich hab gedodged Party, Alter Oh, das war's Was ist das? Oh, das war's Jetzt kommen meine Leute in die Hände und die Kuh Die Stunde hat geirut Oh, da war er noch Du musst einfach mal Erik anschauen, dann hält er mich. Okay. Erik! Danke. Ich bin gestrungen, wie du sie mitgehoben hast, bitte. Ja, wie alt haben du das an dem Lover? Gehen der war mein? Genau, was der Arzt verschrieben hat. Die Stunde hat geschlagen. Wow. Jau. Steht da da oben. Die Stunde hat geschlagen. Okay, alles auf Anfang. Ich hab immer noch Ulti-Toben. Ne, ich nicht. Oh, der klingt einsatzfähig. Erik! Danke! 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 Ja, McCree ist guter uns. Ach, danke. Ja, du hast mich so gesaved einfach. Alles gut. Bei uns ist der Reifen. Ich hab den sogar getakt. Wir müssen uns beeilen. So, ich hab jetzt noch wieder mein Mech. Okay, alles auf Anfang. Ja. Oh, wow. Schade. Ich hab jetzt 20% Ulti Felix. Nicht in 97. Naja. Können wir gleich richtig schön teilen. Erik, du bist gut. Braucht man viel. Man lernt nie aus. Warum bewegt sich die Fracht nicht mehr? Puscht mal ein bisschen! Das ist meine Fälle. Die Stunde hat gest... Nice! Erik, ich bräuchte mal. Danke! Ich hoffe, du machst noch mehr von der Korne. Ich kann gar nicht so ein Heile alleine. Okay, Felix, I'm ready. Ich bin tot. Oh. Wenn du gerade nicht gefollowed bist. Na, ich hab keinen. Ich will auch einen Bomben machen, Christian. So Tobi, wie sieht darauf aus? Ähh, ich hab keinen Mech. Ich hab keinen Mech. nicht gekocht hat mag ich bin tot man hätte gehabt man merke wieder angekündigt wir haben noch ein riefer hinter uns ok meinetwegen könnten wir jetzt gleich mal das anstreben ich bin gleich wieder da gerne beschädigen das ist mir vollkommen egal muss man eben die lobe schienen bis die lobe achter oben bist du ready ich bin ja ich habe gerade den ich habe mich gar nicht auf dem schirm ja ich bin ich gerade auf dem kommt jetzt von hinter den ober ok ah da ok die luci hatte mich gerade runter gedrückt halten halten Ich schaffe die Frucht weg, nehmt mir Deckung! Genau, was der Arzt verschrieben hat. 4-1-2. Wir gehen in Regenerationsverfahren. Reepa hat sich hinter uns gefordert, oder über uns. Nein. Bestimmt. Ich hab seine Ulti gecancelt. Was ist das? Wir hatten aber wieder direkt auf den Dich gemacht. Wir brauchen hier. Noch 60 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Schauen wir noch mal, da kommt keiner mehr drauf. Das ist das zweite Mal, dass wir das Internet kriegen. Eigentlich. Ich meine, wie wir sie sonst noch haben. Ja, wir werden alle im Internet drehen. Irgendwann, ja. Manche im Rissau. Und so wird die Pille anders auf. Ja, auch jemals. Ja, aber die Rissau. Äh, ne, ich hätte es gesehen. Ein Punkt gehalten, dann hätten wir die alle noch gerackt. So, ich warte mal raus. Aber ich warte mal raus. Ja, ich mach jetzt Schluss. Ich mach Schluss mit uns. Ja, genau. Bitte nicht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich werde auch eben ein Räucherchen... Räucherpreisern. 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 Fünf Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Also Pinkelpause quasi. Ja, Pinkelpause für euch, Räucherpause für mich. Bis gleich. Ja, das brauchst du noch erstmal hin. In diesem Video würde ich sagen... Ist den... Bis gleich. Bis gleich.